Ich stürze dich manchmal, dass du dich um mich kümmern musst. Nein. Ich fühle mich so ganz besonders. Ich stelle die optischen Eigenschaften des rechten Auges wieder her. Am Tag 3 Visus 0,1. In Woche 4 dürften Sie bei Visus 0,4 sein. Zählen Sie bitte von 10 rückwärts. 10. 9. Gina. Nun. Ihr bleibt ihr? Ihr kannst es. Was hast du? Ich habe das Gefühl, dass ich vorher alles kannte. Und jetzt nicht mehr. Ich habe meine Frau nur noch nie in so einem Kleid gesehen. Das bist auch nicht du. Wir wissen ja nicht wirklich, wie ich bin, oder? Was war das für ein Kerl, mit dem du gequatscht hast? Hast du mich vorher mehr geliebt? Warst du noch blind, was? Ich könnte dich das gleiche fragen.